Der VfL Wolfsburg ist wieder ein Top-Klub. Ja, wer hätte das gedacht? In der Rückrunde sind die Wölfe noch ungeschlagen. Auffällig ist die stabile Defensive, die steht extrem gut. Seit sieben Bundesligaspielen haben die Wölfe kein Gegentor kassiert. Da könnte man jetzt denken, ach, die Mauern. Nee, tun sie nicht, ganz im Gegenteil. Der Spielstil ist vielseitiger. Grund genug für ne Taktikanalyse, wie immer, leicht verständlich erklärt. Was den VfL Wolfsburg so besonders macht, klären wir jetzt. Los geht's. Heute kehrt ne alte Rubrik zurück, und das ist der Fan der Woche. Der Andi hat mir ein Bild auf Instagram geschickt. Er ist großer VfL-Fan und hier ist er an der Seite von U19-Spieler John Yeboah. Ihr könnt gerne Teil meiner Videos werden. Schickt mir auf Instagram ein Bild, gerne im Trikot. Jetzt kümmern wir uns mal um die Analyse des VfL Wolfsburg. So, der Saisonstart des VfL Wolfsburg lief nicht optimal. In den Playoffs zur Europa League verlor man 1 zu 2 bei AEK Athen. So blöd es klingt, dem VfL hat das geholfen. Coach Oliver Glasner meinte, offensiv und defensiv konnte er Schwerpunkte trainieren. Logisch, mehr Zeit stand unter der Woche zur Verfügung. Und das Ergebnis, das sehen wir jetzt. Blicken wir mal auf die Grundformation. Ein 4-2-3-1 wurde etabliert. Und das hier ist wirklich die Startelf. Also, diesen Jungs wird komplett vertraut. Fast nie wird da rotiert. Im Fokus steht insbesondere das zentrale Mittelfeld. Die 24 Xaver Schlager und die 27 Maximilian Arnold. Sie sind sehr diszipliniert, kennen ihre Rollen und ergänzen sich sehr gut. Ihr habt ganz viele Fragen im Community-Tab gestellt. Zum Beispiel, warum werden die beiden als eines der besten Mittelfeldduos zur Zeit bezeichnet? Ja, und ich finde, der Spielaufbau spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Schauen wir uns das mal detailliert an. Die Außenverteidiger stehen beim VfL sehr weit vorne. Das sorgt dann für Tiefe. Variante 1. Die beiden Innenverteidiger ziehen etwas nach außen und so entsteht eine Lücke im Zentrum. Die 27 Maxi Arnold kippt ab, sprich, er lässt sich nach hinten fallen und bekommt den Ball. So entsteht eine Dreierkette in der Defensive. Der Vorteil ist, er kann dem Spielaufbau helfen. Oft spielt Arnold die Bälle in relativ gefährliche Zonen, zum Beispiel hoch nach außen. Arnold ist ein Stratege, technisch versiert und er hat ein gutes Auge für die Mitspieler. Insgesamt 87,9 Prozent der Pässe sind erfolgreich. Beim VfL ist das tatsächlich der Top-Wert. Oder Variante 2. Die Innenverteidiger bleiben im Zentrum und sie machen da dicht. Dieses Mal kippt die 24 ab, das ist Xaver Schlager. Er ist dann zwischen dem Innen- und dem Außenverteidiger. Der Vorteil ist, so entsteht auf der linken Seite Überzahl. Die VfL-Spieler können leichter kombinieren und so das Pressing des Gegners aushebeln. Entweder mit Kurzpässen oder mit Dribblings. Xaver Schlager ist da wirklich extrem stark. Aus kniffligen Situationen kann er sich gut befreien. Beim VfL ist er der sogenannte Most-Pressed-Player, sprich der Spieler, der am meisten unter Druck gesetzt wird. In Schwitzen kommt er da fast nie. So, der Spielaufbau der Wölfe ist relativ simpel zu erklären. Ja, man hat relativ viel Ballbesitz, im Schnitt 52 Prozent. Aber wenig Zeit will der VfL in der eigenen Hälfte sein. So schnell wie möglich soll es nach vorne gehen. Viele Direktpässe, Kombinationen, relativ viel Tempo ist da im Spiel. Und genau das macht den VfL Wolfsburg so gefährlich. Lasst uns jetzt mal über die Offensive reden. Bei der Kaderplanung gab's da ein bisschen Ärger. Trainer Oliver Glasner wollte nämlich einen Flügelstürmer, der in die Tiefe sprinten kann, inklusive mehr Tempo. Tja, kein passender Spieler war auf dem Markt und deshalb musste er so ein bisschen improvisieren. Riedle Baku spielt jetzt im rechten Mittelfeld, obwohl er eigentlich ein bisschen defensiver zu Hause ist. Aber ehrlich, das macht er schon extrem stark. Die meisten Sprints und die meisten intensiven Läufe aller Bundesligaspieler sind auf seinem Konto. Hier kam die Frage, war Baku die wichtigste Verpflichtung im Sommer? Und ja, definitiv war er das. Riedle Baku bringt einfach Dynamik ins Spiel des VfL. Die Heatmap zeigt, er bleibt nicht nur auf der rechten Seite, sondern zieht gerne in die Mitte. Mit dem Kollegen wechselt er immer wieder die Positionen. Unruhe soll er stiften und es funktioniert 1a. Als rechter Mittelfeldspieler hat er zwei Tore und zwei Vorlagen auf seinem Konto. Beim VfL nutzt man das auch als taktisches Mittel. Ein Beispiel, der 19. Bundesligaspieltag gegen den SC Freiburg, das Tor zum 2 zu 0. Achtet hier mal vor allem auf die 20, Riedle Baku und die 31, Yannick Gerhardt. Sie wechseln ihre Positionen und sofort wird's gefährlich. Gerhardt erhält den Ball, steht jedoch mit dem Rücken zum Tor. Er lässt den Ball deshalb klatschen, Baku bekommt ihn, behauptet sich und spielt direkt nach vorne. So kommt dann nochmal Tempo ins Spiel. Und zack, der Treffer. Das ist alles kein Zufall, das sind klare Muster. Im VfL-Stil gibt's das immer wieder zu sehen. Vertikal passen, nach vorne orientieren und Tempo, das sind die Markenzeichen. Der Zielspieler ist hier eigentlich immer Wout Wechhorst. Schon 14 Buden hat er gemacht, das ist wirklich stark. Egal ob mit dem Kopf oder mit dem Fuß, er ist total vielseitig. Und trotzdem, der Offensivfußball ist nicht ganz so stark. Also da ist zumindest noch Luft nach oben. Die Expected Goals zeigen das. Da wird bewertet, wie gut die Torchancen waren, beziehungsweise wie hoch die Chance war, ein Tor zu erzielen. Gegen Borussia Mönchengladbach lag der Wert bei 0,8. Gegen Arminia Bielefeld bei 1,1. Und gegen Hertha BSC bei 0,5. Das zeigt, man war eben extrem effektiv. Aber auf das Chancenglück sollte man sich vielleicht beim VfL nicht unbedingt verlassen. Denn da kann sehr schnell etwas schiefgehen. Egal ob offensiv oder defensiv, ne wichtige Rolle beim VfL Wolfsburg spielt der Zehner, sprich der Spielmacher. Yannick Gerhardt übernimmt ja meistens diese Rolle. Und da kam die meistgelikete Frage, wieso ist er plötzlich so stark auf der 10, obwohl er doch die Jahre zuvor immer defensiver gespielt hat? Ich würde mal sagen, wir ziehen hier direkt mal einen Vergleich. Zwei Spieler könnten auf der Position ran, Maximilian Philipp oder eben Yannick Gerhardt. Hier sieht man, Philipp ist zwar im Dribbling stärker, aber primär ist das beim VfL auf der Position gar nicht nötig. Im Passspiel sind sie wiederum, ja, etwa gleich stark. Und jetzt wird's wichtig, Gerhardt ist deutlich zweikampfstärker. Das macht ihn für den VfL so wertvoll. Jedem Ball jagt er hinterher. Er geht weite Wege, um den Gegner unter Druck zu setzen, beziehungsweise Fehler zu provozieren. Auch wenn's wehtut. Im VfL-System muss man also laufstark sein und insbesondere intensiv pressen. So, kommen wir jetzt mal zur großen Stärke. Das ist die Defensive. Nur 19 Gegentore hat der VfL bis dato kassiert. In der Bundesliga ist das der absolute Topwert. Das Motto ist, aktiv sein, sofort den Gegner unter Druck setzen. Und da kam die Frage, wie konnte man sieben Spiele in Folge ohne Gegentor bleiben? Ja, eine sehr gute Frage. Und ich denke, das liegt vor allem an der Disziplin und an einem klaren Plan. Beim VfL gibt's nämlich zwei ganz wichtige Phasen. Erstens, das Angriffspressing. Bei einem Ballverlust wird sofort attackiert. Ein Beispiel, der 22. Spieltag gegen Arminia Bielefeld. Die Neuen, Baud Wechhorst, versucht im Zentrum den Passweg zuzumachen. Die 31, Yannick Gerhardt, läuft an den Verteidiger am Ball an. Sie schnüren den Gegner ein. Die 24, Xaver Schlager, kommt dann im Vollsprint noch an. Und so gibt's im Strafraum Überzahl. Tja, in der Situation gewinnt der VfL zwar nicht den Ball, aber gar kein Problem. So entsteht Phase 2, ein Abwehrpressing. Die Defensive lässt sich erst mal zurückfallen und steht tief. Man lauert und wartet auf die Chance, in den Zweikampf zu gehen. Hier im Beispiel holt sich Xaver Schlager den Ball in der eigenen Hälfte. Über die letzten Monate wurden diese Pressing-Phasen perfektioniert. Das zeigen auch die Statistiken. Insgesamt 2667 Zweikämpfe hat der VfL gewonnen. Das ist Platz 3 in der Liga. Dazu verteidigt man auch Konter sehr gut. Nur ein Gegentor gab's bis jetzt. Ihr merkt, das ist nicht nur ein blödes Mauern, sondern deutlich komplexer. Hohe Intensität, volle Konzentration. Der VfL funktioniert als Mannschaft so gut. Und so ist es für jeden Gegner total schwer, Tore zu schießen. In der Bundesliga läuft's extrem gut für den VfL Wolfsburg. Seit neun Spielen ist man ungeschlagen. Aktuell liegen die Wölfe auf Platz 3. Hier kam die Frage, wie hoch ist die Chance, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen? Ah, ich bin da hin und her gerissen. Positiv ist auf jeden Fall der Teamgeist. Ein Wolfsrudel steht da auf dem Platz. Jeder akzeptiert seine Rolle. Kapitän Joshua Gilawugi sitzt ja auf der Bank. Maximal Kurzeinsätze im Mittelfeld sind da drin. Für ihn ist es keine leichte Situation, aber er meckert nicht. Und für die Stimmung in der Kabine ist das natürlich extrem wichtig. Tja, negativ ist wiederum die Belastung. Beim VfL gibt's kaum Rotation. Nur so ungefähr 13 Spieler kommen in der Bundesliga wirklich regelmäßig zum Einsatz. Und der Rest sitzt meistens nur auf der Bank. Die Leistungsträger müssen also fit bleiben, sonst gibt's eventuell Probleme. Und die ganz große Frage ist, hat man denn im Saisonendspurt noch genug Reserven im Tank? Die Frage gebe ich mal an euch weiter. Was glaubt ihr, ja oder nein? Schafft es der VfL in die Champions League? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Beim VfL Wolfsburg ist ein ganz klarer Plan zu sehen. Eine Handschrift. Durch viel Training wurde das im Laufe der Saison immer besser. Und das sorgt aktuell für den Erfolg. Von einem Verein, der möglicherweise bald in der Champions League spielt, kommen wir jetzt mal zu einem, der eigentlich jedes Jahr mit dabei ist. Und das ist der FC Bayern. Walulis hat über die Bayern ein Video gemacht, beziehungsweise über den Shitstorm in den sozialen Medien. Hier ist es verlinkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.